Wo sind wir? Wo sind wir? Da, Dash! Zweite Daus, zwei Nock! Ich muss gesnipen, kannst du pushen halten! Das kann man auch? Da kann man auch stark! Jin Noverek meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Heute geht es wie immer um Warzone. Heute die XM4. Die XM4 würde ich so ein bisschen vergleichen mit der Crick. Es sind beides Sturmgewehre. Aber vorab, die XM4 ist nicht so gut wie die Crème. Ich würde sagen, die XM4 ist aber super geil. Hat sehr Spaß gemacht mit der Waffe zu spielen. Allerdings keine Meta-Waffe. Um Gottes Willen, keine Meta-Waffe. Aber hat sehr Spaß gemacht. Man muss mit dem Recoil ein bisschen drauf achten, selber drauf achten. Und ja, ich würde sagen, macht euch selbst ein Bild über die XM4 mit den Highlights. Viel Spaß mit diesem Video. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu hier auf dem Video bist. Weil in letzter Zeit 56% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich noch nicht abonniert. Also, ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und viel Spaß. Hier oben auf dem Wasserturm, Digga. Direkt ein Tor auf, Alter. Noch einer, noch einer oben. 不錯. Ja, gut. Jetzt ist noch einer oben. booksХ die Ich habe überall auf mir zwei Gegner abgeholt. Oh mein Gott. Alter, eine Füße. Kann ich nicht dafür sein? Das ist schon mal so. Oh mein Gott, das war so ein übeles Kumpel. Bist du dich? Sauf noch. Wir haben einen Räumen auf. Ich hab doch mal den Füßen. Stab. Halt's wohl! Halt's wohl! Halt's wohl! Junge! Hast du nicht gemacht? Junge! Big move! Let's go! Komm rein, wieder! Du verstehst das Problem! Hier unten ist er! Da! Das ist eine Maschine! Hu hu hu! Gott! Da ist einer! Echt! Vor uns, vor uns, vor uns! Noch einer! Lass ihn pushen! Der ist genau hier drin! Fullprog rausholen! Warte, ich sag dir wo! Nee, gehst du nicht? Boah, ich bin fast down von seiner Granate! Wie dash wieder die I push dich? Na? Ich finde keine Waffe! Ich finde keine Waffe! Ey, chillig! Einfach keine Waffe komplett oben! Kommst zurecht? Hu ist! Ja! War da oben noch einer? Ich hab das ganze Team einfach ausgelöscht! Ich schwöre, ausgelöscht! Ohne wenn und aber! Alle mit Pistole! Alle drei! Nein! 2-0, Wurst! 2-0, Wurst! 2-0, Wurst! 2-0, Wurst! Boah! 1-0, Wurst! 1-0, Wurst! 1-0, Wurst! 1-0, Wurst! 1-0, Wurst! Der hat mich nicht gewonnen, Leute! 2-0, Wurst! 1-0, Wurst! 1-0, Wurst! 3-0, Wurst! 2-0, Wurst! Das muss man ein bisschen gerne in den Bauern. Schönes Stumpf. Ja, in der anderen Seite. Hast ihn. Ja, aber es ist nicht weg. Okay. Nicht mal Achtung. Nicht mal. Ich hab noch einen. Aber wir können schon was aufhören. Fahler. Einer über uns ist. Wir haben gelandet. Ja, wo ist denn eine Dute noch? Ja. Ja. Dr. Dupen. Dr. Dupen. Ja, das ist noch mal. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich kann nicht so glücklich. Ich bin 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 so glücklich. Das sei gar nicht. Oh, jetzt ist das ganze Team gebummt. Die sind aufs Dach, die sind aufs Dach oben. Hier auf diesem Haus. Oh, stopp. Oh, stopp. Der andere schieft doch nicht. Ah, stimmt. Der andere schieft nicht mehr, Alter. Komm, wo ist es locker? Stark, Junge. Lettiger. Gulak-Sieger, wichtig. Diese 15 Schuss, das reicht überhaupt nicht. Das, worum ich richtig Bock habe, habe ich noch nie gemacht. Halt, mach aber den Piloten. Och, man, hier wollte ich gar nicht lang, Alter. Hä, bist du gestorben? Wie ist das Ding, Digga? Hallo? Ich hänge einfach in der Fernlegladung fest. Was soll das? Äh, Halt, äh, Wiz, weil hier war jemand, der wollte dich umbringen, ne? Ich kann nichts machen. Ich hänge in der Fernlegladung fest. Digga, das ist no way. Kann man selbst fort machen, irgendwie. Ich kann alles ablegen. Wie behindert ist das? Ist doch nie so eine dumme Fernlegladung gesehen, wirklich. Ich kann nichts machen. So, meine Freunde der Sonne, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup der XM4. Wie zocke ich die XM4? Die XM4, äh, XM4, einfach, einfach Vieh. Ne, die XM4 zocke ich mit dem Agency-Mündungsfeuerdämpfer, also die letzte Mündung. Lauf zocke ich den Sonderkommando-Lauf. Visier zocke ich Axial Arms 3er-Visier. Wo haben wir das? Hier, zack. Dazu zocke ich den Feldagenten-Griff. Vorletzter Unterlauf und Magazin zocke ich das 45-Schuss-Magazin. Da tendiere ich aber auch, wenn ihr wollt, zu einem Standard 60-Schuss-Magazin. Ich habe nur das 45-Schuss-Magazin, weil ich hier einfach eine geile Variante zu habe. So, zu Bullfrog. Ihr wollt wissen, wie ich die Bullfrog spiele? Links in der Videobeschreibung, also abchecken. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und rund 50% der Nutzer, die die Videos schauen, haben mich noch nicht abonniert. Also abonniert mich bitte, weil ihr hilft mir dazu. Und ich helfe euch, was Warzone-Content angeht. Prost! Bis zum nächsten Mal.